Moin Leute von Neute und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil von Overwatch WTF Moments, danke für die geile Bewertung im letzten Part Wir sehen uns im nächsten, bis Bye, have a great time Do you want to know his secret? Five out of five brigade Help us, cause tonight we're losing Losing this fight, oh help our souls tonight There's no one on our side Who's gonna help our souls tonight No one here to help our souls tonight It's on me, it's on you Alter, do you want to be mad for me? Let's see All right Alter willst du mich verarschen Ja, wir sind jetzt eh tot Oder Nö, ich bin weggeflogen WAS? Er verfolgt dich Ich, ey, er hat mich Ey, er hat sich aber umgedreht und mich irgendwie gesehen und ich denke mal nur so f*** dich, du Spastige Er gibt mir nicht, das will ich sehen, das will ich sehen, er hat sich instant umgedreht Ja, genau Nein, ich mach erstmal meine Mode Das war jetzt so ein Fail, ne? Das war jetzt so ein Fail Nein, sie wurde weggesniped und ich hab sie nicht einmal angehittet Ich schreit, hat man nicht drauf Nee, sonst haben wir auch Philip Farrells Alter, was ist das, Mann? Die Gegner? Da war nicht meine Strafe. Alter, was ist das, Mann? Ja, potato chip. Cow lit, was ist das. Untertitelung des ZDF, TXT H schedules an androlich mit den Fanat, auf der dritten Rätsel Hallo, mal, war, Die war nicht lecker. Jetzt ist er, warte, 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 warte. Ich hab's ne 7er Tee gemacht Ich hab ne 7er Rote Tee gemacht Wieviel Kids hattest du? Was frisst du da? Und wie du das auch frisst Das ist ein Eis Alles klar Alter, ich hab grad mir ne halbe Limme ausgeschmuckt Ok, jetzt haben wir wieder was für die funny moments Digga, ich glaub der hat Kinder im Keller Hat der wirklich? Digga, was tust du? Tötenst du's oder was? Digga, die werden da geschlagen Der Noah Alter, da werden Kinder geschlagen Das sag ich meiner Mutter Sag dem Jugend Sag dem Jugend ab Alter, Tim Werden bei euch zu Hause Kinder getötet? Ja Was? Warum schießt ihr alle auf den Genji? Also ich hab nichts ausgeschossen Ich hab nichts ausgeschossen Bitte mal euch! Ich hab nichts gestoppt! Und das war's noch mit dem Video Bitte guckt doch bei Dude Gaming vorbei Er war Noah Also der echte Schlingel In meinen Videos Wir sehen uns im nächsten Part Und tschau mit auf Und das war's noch mit dem Und das war's noch mit dem Und das war's noch mit dem